Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11757 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Reiz des Sports ist mein Interesse an der Entwicklung körperlicher und geistiger Stärke. Der Reiz des Sports ist mein Interesse an der Entwicklung körperlicher und geistiger Stärke. Die richtige Ausrüstung ist ein zuverlässiger Begleiter auf dem Weg zu sportlichen Höchstleistungen. Die richtige Ausrüstung ist ein zuverlässiger Begleiter auf dem Weg zu sportlichen Höchstleistungen. Menschen haben unterschiedliche Meinungen und Perspektiven. Die Kirschnerin bearbeitet das rote Leder. Beiß einfach in den Apfel. Ich halte ihn fest. Beiß einfach in den Apfel. Ich halte ihn fest. Ich habe nur einen Hund bekommen, weil ich versprochen habe, jeden Tag mit ihm spazieren zu gehen. Ich habe nur einen Hund bekommen, weil ich versprochen habe, jeden Tag mit ihm spazieren zu gehen. Ich habe nur einen Hund bekommen, weil ich versprochen habe, jeden Tag mit ihm spazieren zu gehen. Ich kann meine Zweifel in Glauben verwandeln. Ich kann meine Zweifel in Glauben verwandeln. Ich kann meine Zweifel in Glauben verwandeln. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich kann meine Zweifel in Glauben verwandeln. Ich kann meine Zweifel in Glauben verwandeln. Ich kann meine Zweifel in Glauben verwandeln. I will nur einenAnger Jaunehmen zurück die Höchstleistungen.